Das war einfach nicht mehr. Zereiner? Zereiner Boehner? Das gibt es ja nicht. Darf ich echt ein Autogramm haben? Schau mal, das ist Zereiner. Du möchtest ein Autogramm von Zereiner? Ah, schön. Ich weiss mir auch, wenn es so gut ist. Könnte ich auch ein Autogramm haben? Gerne, ja. Willst du uns nachher auf ein Glas Wein treffen? Ich brauche mehr Energie für morgen. BKW – Energie für morgen. Aber übermorgen hat die Zeit.